Hallo liebes Internet, ich brauche deine Hilfe. Ich bin Thomas Lohninger von Epicenterworks. Ihr kennt uns bestimmt von politischen Episoden, wie die Analyse der App des Roten Kreuzes, die Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung oder der kürzliche Datenskandal im Finanzministerium, den wir aufgedeckt haben. Wir waren auch an der Zerstörung des Bundestrojaners live dabei und kämpfen seit zehn Jahren für Grundrechte im digitalen Zeitalter. Und wir können das tun, weil Fördermitglieder unsere Arbeit unterstützen. Aber genau da liegt das Problem. Wir werden das aktuelle Jahr nicht überstehen. Im Herbst geht uns das Geld aus, wenn sich nichts ändert. Also wenn du willst, dass wir weiter für deine Grundrechte und gegen Überwachung kämpfen, werde Fördermitglied. Und wenn auch nur ein Drittel der Abonnentinnen unseres Newsletters das tun würden, mit 2,50 Euro im Monat als Spende, werden wir ausfinanziert. Das ist der Preis von einem Kaffee im Monat für deine Grundrechte. Da habe ich es vergessen. Für die besonders großzügigen Fördermitglieder gibt es auch noch Goodie-Bags und das ist zum Beispiel dieses T-Shirt oder diese super super coole Maske. Also bitte mach mit, werde Fördermitglied und teile dieses Video.